Guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Ich begrüße die beiden Cheftrainer bei mir, Xavier Alonso, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und die Bitte um das Statement zum heutigen Spiel. Ja, danke schön. Ja, guten Abend. Wir haben gesehen, ein sehr intenses Spiel. Alle konnten passieren am Ende. Wir waren glücklich, das dritte Tor zu schießen, aber ja, wir haben eine super Gegner gespielt. Gute Mannschaft, gute Spieler und war sehr hart. Besonders die erste Halbzeit war für uns zu fischig. Wir hatten zu viele Probleme, wir waren ein bisschen nicht so stark im Duell und sie haben gut gefunden, den Raum für Xabi und für Dani. So, ja, wenn wir haben bewässert, dass auch mit dem Ball in der ersten Halbzeit, wir hatten nicht genug Kontrolle, den Raum zu finden, zu bauen, das Spiel, wie wir wollen. So, wir haben nicht wie uns gespielt und in der zweiten Halbzeit, wir haben besser gemacht. Wir hatten das erste Tor und danach ein super Konter von Leipzig, aber es war egal. Wir hatten ein besseres Gefühl, aber am Ende die kleine Details von den Standards. Sehr glücklich, ein super Sieg und sehr zufrieden. Vielen Dank, Marco. Dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch Xabi und Bayer Leverkusen. Ich denke, viel schon gehört. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut angefangen. Top erste 35 Minuten mit vielen Situationen, die wir uns vorgenommen haben, mit vielen richtigen Entscheidungen. Mit einem ersten Tor, hätten wir vielleicht auch dann sogar noch höher führen können. Wir haben das nicht gemacht und das sind dann schon auch so kleine Momente auf dem Niveau, die am Ende entscheidend sein können, weil natürlich klar war, welche Qualität Leverkusen dann auch über 90 Minuten haben kann. Wir gehen dann in die Pause und bekommen direkt nach der Pause den Ausgleich, ungünstiger Zeitpunkt. Und dann haben wir es verpasst, einfach die vielen guten Entscheidungen, die wir in der ersten Halbzeit getroffen haben, mit in die zweite Halbzeit zu nehmen. Das bedeutet, es war immer klar, dass Leverkusen dann auch mal einen Ball ein bisschen länger und mehr haben wird, weil sie es einfach hervorragend machen. Aber wir haben in der ersten Halbzeit viel bessere Entscheidungen mit Ball getroffen. Entweder umschalten, wir hatten eine bessere Balance, entweder umschalten oder dann auch selber mal im Ballbesitz bleiben. Und dadurch konnte Leverkusen einfach immer mehr Druck aufbauen. Am Ende fahren wir einen tollen Kontre, schießen noch ein tolles Tor und bekommen zwei Standard-Gegentore. Das ist sehr ärgerlich, eins davon in der Nachspielzeit. Dort müssen wir besser verteidigen, dort müssen wir gieriger sein, klarer sein. Da darf kein Ball über die Torlinie in solchen Situationen, in solchen Spielen. Und deswegen ist es am Ende auch, muss man ehrlich sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für Leverkusen. Und wir haben dann schon auch gesehen, woran wir arbeiten können, müssen, wollen. Heute fühlt es sich nicht gut an, morgen früh wie immer auch nicht. Aber ab morgen Mittag, das spüre ich jetzt schon bei mir, geht es weiter. Und wir werden den Bock 2024 umstoßen, wir werden Ergebnisse holen, wir werden unsere Ziele erreichen. Weil wir es insgesamt sehr ordentlich machen, aber wir müssen lernen, Fußballspiele zu gewinnen. Und zwar mehr als wir es im Moment machen, das ist klar. Dankeschön. Danke, Marco. Dann bitte ich um Ihre Fragen. Gerne starten wir hier vorne, meine Kollegen. Ja, guten Abend. Philipp Ahrens von der BILD-Zeitung. Xabi, du hast eben gesagt, das Tor, das 1 zu 2 für Leipzig, das war egal. Meinst du damit diese Mentalität, die die Mannschaft hat, so etwas zu verarbeiten? Ihr macht das 1 zu 1, dann kommt so ein Tor. Das war ja das erste Konter-Tor, was ihr überhaupt bekommen habt in dieser Saison. Aber du spielst es einfach weiter. Ja, das war ein super Konter. Wir waren in bester Kontrolle in der zweiten Halbzeit. Wenn wir so weitermachen mit dieser Kontrolle, mit dieser Puzzle-Qualität weitermachen, wir konnten wieder eine Chance haben zur Torstu-Season. Zum Beispiel die Aktion von Flo, aber auch mit Grimaldo, mit Granit, mit Patrick. Wir haben besser gespielt. Das Gefühl war besser. Wir haben besser gespielt, wie wir wollen. Für mich war es viral. Ich hatte die Vertrauen, dass wir wieder die Chance haben zu schießen. Die erste Halbzeit war nicht so. Yvonne Gabriel für die BILD-Zeitung in Leipzig. Marco, du hast es angesprochen, zwei Standard-Gegentore. Ihr schafft es über einen längeren Zeitraum schon nicht zu Null zu spielen. Worin siehst du das Problem oder was ist der Grund aus deiner Sicht? Zum Beispiel bei Standard-Gegentoren. Ja, das ist immer ein Ziel. Das schaffen wir im Moment tatsächlich nicht. Daran müssen wir arbeiten. Das machen wir auch in jedem Training. Wir bekommen heute auch ein ähnliches Tor wie gegen Frankfurt. den Ausgleich am zweiten Pfosten, wo wir nicht aufpassen. Niederlagen grundsätzlich tun weh. Zuhause dann die zweite hintereinander. Es sollte aufhören, weh zu tun. Und da müssen wir einfach alles dafür machen, dass wir dort Schritte machen, dass wir besser werden. Viel von dem mitnehmen, was wir gut machen. Die Energie, der Trainingsfleisch, der Aufwand, den wir im Spiel betreiben. Aber nochmal, am Ende geht es um Punkte. Und wenn du gegen Leverkusen am Ende vier Tore schießt in zwei Spielen und hast null Punkte, die haben insgesamt 14 gekriegt, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Bei sechs Gegentoren, klar, dann wissen wir auch was. Das war dann defensiv nicht gut genug. Javi Cáceres für die Süddeutsche Zeitung, bitte. Guten Abend. Eine Frage an Xavi Alonso. Xavi, was bedeutet das perspektivisch? Wie wichtig ist es, jetzt zwei Spiele hintereinander in der letzten Sekunde gewonnen zu haben? Was löst das aus im Kopf der Mannschaft? Ich weiß nicht, was es für die Zukunft meint. Aber für jetzt, für die Stimmung, gut zu sein und zu bleiben in einer guten Position, ist wichtig. Aber auch, wir lernen vom heutigen Spiel, was wir besser tun können. Wir haben gut gemacht, wie konnten wir korrigieren, einige Probleme, die wir hatten. Und wir werden sehen, was es für die Zukunft meint. Aber heute ist es drei Punkte mehr. Wir bleiben in einer guten Position, aber noch das erste Spiel der Rückrunde. Martin Henkel, MZ und RB Live. Frage an Herrn Rose. Herr Rose, Bayer stellt um in der Pause. Kranichaka spielt, glaube ich, da ein bisschen tiefer und entwickelt einen enormen Ballbesitz. Der von RB fällt auf 39 Prozent. Woran lag es? Weil Bayer umgestellt hat oder weil ihre Spieler, warum auch immer, das ist meine Frage, nicht mehr in Umschaltsituationen und Ballgewinn-Situationen gekommen sind? Ich sage, wir hatten Ballgewinn-Situationen, wir hatten auch Umschaltsituationen, aber wir haben die erste Halbzeit eine bessere Balance in diesen. Eine Situation habe ich im Hinterkopf, Baumi, Flanke ins Nichts. Dort spielt Leverkusen halt einfach die Angriffe so lange durch, bis sie eine Chance auf eine Chance haben. Und das haben wir in der ersten Halbzeit viel, viel besser gemacht. Wir haben bessere Entscheidungen am Ball getroffen. Dass es die Phasen gibt, wo du gegen Leverkusen hinterherlaufen musst, das ist klar. Aber Leverkusen muss die erste Halbzeit auch oft hinterherlaufen. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr hinbekommen. Das ist der Punkt. Es geht da nicht darum, Leverkusen zu versuchen hochzupressen. Es geht nicht darum, das System zu wechseln. Wir wollten übrigens kurz vorm 2-1 tatsächlich mit Benni Henrichs ein bisschen mehr die Probleme verteidigen, die wir bekommen haben. Das bedeutet, Leverkusen hat dann viel über den Flügel eingeleitet und ist in die Schnittstelle IVAV immer wieder gegangen. Dort wollten wir dann auf 5 hinten umstellen, um dort ein bisschen besser Zugriff zu bekommen. Aber wenn wir das gemacht hätten, reagiert Leverkusen. Am Ende versuchen sie immer wieder Überzahl in Ballnähe im Zentrum und im Spielaufbau zu schaffen, um das Mittelfeld zu kontrollieren und dann irgendwann in die Räume zu kommen, die sie gerne haben. Und egal was du da machst, ob du mit 3 anläufst, mit 2, dann spielen sie halt ein 4 gegen 3 oder holen noch einen dazu, ist es Wurst. Du brauchst den richtigen Moment, die richtige Intensität. Aber vor allen Dingen musst du, wenn du selber den Ball hast, bessere Entscheidungen treffen. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut hinbekommen. Hier vorne bitte. Einen dahinter. Ja, Dorian Auders von der Rheinischen Post. Ja, Jeremy Frimpong musste nach einer halben Stunde vom Platz. Gibt es da schon Erkenntnisse? Und Palacios sah auch ein bisschen angeschlagen aus am Ende. Ja, wir müssen warten, bis die Tests machen morgen und Montag. Und wir werden sehen. Zum Beispiel Nathan hat es gut gemacht. Und ich war froh, für ihn war es sehr wichtig, einen guten Impact zu haben, nicht nur das Tor. Und wir werden sehen. Aber es sieht nicht so schwer aus. Korrekt. Benni Post für die LVZ. Ja, hi Marco. Du hast defensiv ein bisschen umgestellt. Benni Hendricks war erst draußen. Was waren da so die Gründe oder Überlegungen, die dahinter steckten? Ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass viele Positionen eng beieinander waren. Wir haben das Spiel nicht gewonnen. Und Castello hat einen linken Fuß. Das hat uns heute mit Ball im Spielaufbau natürlich dann auch geholfen. Mo wollte ich unbedingt am Platz haben. Und deswegen musste am Ende Benni heute mal auf die Bank. Stan Hornig für die BILD in Leipzig. Hallo Herr Rose. Lothar Matthäus sagte, das Tor von Xavi wäre so Messi-like gewesen. Wie haben Sie sein Tor gesehen? Und die zweite Frage, er fehlt in Stuttgart wegen der fünften Gelben. Ist das der Punkt, der die Niederlage heute noch schlimmer macht? Zum Zweiten macht die Niederlage nicht schlimmer, weil der Zeitpunkt wahrscheinlich dann eh irgendwann gekommen wäre. Und zur ersten Frage, wer wird Lothar widersprechen? Tolles Tor, aber null Punkte. Können wir noch so viele schöne Tore schießen. Das zweite war ja auch schön. Nichts dafür kriegen, ist es kacke. Uli Krömer, MZ und RB Live. Wie haben Sie das Startelf-Comeback von Dani Olmo heute gesehen? Gut. Also ich glaube, man sieht schon dann auch, was Dani uns geben kann. Und ich war positiv überrascht, doch über die Physis, die er auch schon im Stande ist, zu leisten. Nach längerer Pause, vor der längeren Pause hat er auch schon eine längere Pause gehabt. Das ist schon eine Weile her jetzt. Man hatte jetzt 30 Minuten in den Beinen, aber man hat gesehen, was Dani uns geben kann. Er ist wichtig für uns und hat das lange gut gemacht, finde ich. Die BILD. Du bist bei Frimpong und Palacios nicht wirklich besorgt. Du sagst, es sieht eher nicht so schlimm aus. Habe ich das richtig verstanden? Nein, ich bin so froh zu sagen. Wir müssen ein bisschen warten. Sie machen den Test morgen oder übermorgen. Hast du den nächsten Fälle angesprochen? Ich finde, das ist wahrscheinlich dein bestes Spiel, seitdem er in Ville für Bayern spielt. Heute war es ein tolles Spiel. Nach 25 oder 13 Minuten auf den Platz zu kommen und zu spielen, diese Gebrauchtintensität zu erreichen, war nicht einfach. Aber ich habe es gut gemacht. Es war ein sehr gutes Spiel für ihn. Dann bedanke ich mich für die Fragen, natürlich auch bei den beiden Trainern. Habt alle einen schönen Abend und die Gäste eine gute Heimreise. Vielen Dank. Vielen Dank.